Lautstark und textsicher, dabei ist es für mehrere hundert Flüchtlinge aus den Hamburger Anlaufstellen der erste Besuch in einem deutschen Fußballstadion. Dank einer Freikarte vom FC St. Pauli. In Hamburg haben die meisten Leute ein Lächeln für uns Flüchtlinge über. Man fühlt sich willkommen. Ein Foto für die Ewigkeit, denn für die Kinder dieser Flüchtlinge wird ein Traum wahr. Rund 30 von ihnen dürfen den Fußballstars so nah sein wie niemand sonst. Als Einlaufkinder an der Hand zum Beispiel von Dortmunds Neven Supotic, der einst selbst als Kind mit seinen Eltern aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland geflüchtet ist. Um ehrlich zu sein, als wir mit den Kindern eingelaufen sind, musste ich einmal ganz tief schlucken. Man kann sich nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, was die Leute durchgemacht haben, um nach Deutschland zu kommen. Die Aktion der beiden Clubs ein Zeichen nach außen. Seht her, ihr seid willkommen. Ein Anfang, mehr aber nicht. Das Entscheidende ist letzten Endes, dass wir damit natürlich nur darauf aufmerksam machen wollen, dass es auch weitergehen muss. Und dass sich unsere Haltung und Einstellung von uns allen nicht verändern muss. Aber dass es nicht nur um so einen Tag geht, sondern um den Alltag der Menschen. Fußball wurde auch gespielt. St. Pauli verliert 1 zu 2, sorgt aber dennoch für Begeisterung. Vielen Dank, Deutschland. Ein schönes Land und Hamburg ist toll. Willkommen, Flüchtlinge. Der FC St. Pauli und Borussia Dortmund haben durchaus ein Zeichen gesetzt.